Es ist der 8. April und es ist Zeit für eine weitere Budgetbesprechung, denn ich bin immer noch im Defizit. Ich war zwischendurch besser und dann war ich wieder schlimm drin. Ich werde das aber beseitigen heute und ich werde euch zeigen, wie und ich werde euch auch zeigen, was ich mit dem überschüssigen Geld mache, denn ich gehe davon aus, dass ein Überschuss bleibt und den kann ich dann direkt aufs Tagesgeldkonto schieben, wo ich dann 4% Zinsen davon bekomme. Und auch halt um meinen Emergency Fund, also meinen Notgroschen aufzufüllen, den habe ich bei Trade Republic, aber ich habe auch ein Konto bei Comdirect und auch da gibt es 4% Zinsen für Neukunden, sowohl zu Trade Republic als auch zu Comdirect. Da habe ich einen Link unten drunter, von dem ich profitieren würde, falls ihr da auch ein Konto eröffnet. So, also, ich wollte, ich war kurz davor, heute am 18. zu berichten, das Kindergeld ist noch nicht gekommen, aber es ist dann doch jetzt gerade gekommen. Und ich habe mir gedacht, Gott sei Dank bin ich jetzt gerade auf das Kindergeld nicht angewiesen. Es gibt Leute, die gehen davon aus, am 15. kommt Kindergeld und dann kann ich das Budget und so und so und so ändern. Das mache ich nicht. Ich rechne direkt pauschal für den ganzen Monat aus, was ich ausgeben kann. Denn das passt dann in der Regel, wobei ich manchmal erst nach dem Kindergeld Geld auf dem Sparkonto verschiebe oder so. Ja, drei Tage später ist normalerweise, finde ich schon komisch, Leute, die da echt drauf angewiesen sind, die kommen ja in eine Teufelsküche dann gegebenenfalls. Ja, starten wir ins Budget. Und da sind wir. Es kam dazu, wie gesagt, das Kindergeld, 250 Euro. Und dann war ich diese Woche bei der Plasma-Spende, die gerade 5 Euro zusätzlich für jede Spende anbietet. Das noch bis Ende Juni. Und so kamen dann 34 Euro hier in meinen Topf rein, anstatt nur 29. Und so bin ich dann direkt auch hier raufgegangen um, was, noch 10 Euro? Genau, 145 hatte ich budgetiert, 155 sind es jetzt. Und damit war ich dann eigentlich schon wieder super, hier oben in meinem Defizit. Aber dann kam später was zu, was mich 9 Euro gekostet hat und jetzt bin ich da schon wieder mies. Nichtsdestotrotz, auch im Mai und dem ganzen Juni werden alle Spenden 34 Euro abwerfen. Deswegen konnte ich da dann auch mein Budget anpassen, jetzt schon für Mai und Juni. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich es schon mal, ob ich es irgendwann schon mal erzählt habe. Ich habe in Every Dollar die Budgets bis in einem Jahr, hier, bis Mai 2025 schon hinterlegt, die ich natürlich immer noch mal abändere. Aber da habe ich dann die Möglichkeit, dass ich so auf Ausgaben, die alle 3 Monate oder halbjährlich oder jährlich kommen, direkt im Voraus eintragen kann, damit ich sie dann später nicht vergesse. Das ist der Grund, warum ich das mache. Und auch dann, dass ich dann einfach, ne, so kann man schon mal die nächsten 12 Monate quasi vor seinem geistigen Auge haben. Das waren also dann meine Ausgaben. Dann war ich, nachdem ich Sushi essen war, zur Feier meines Kindergartenplatzes, das seht ihr am Samstag, war ich, also das Sushi hatte ich separat budgetiert für Mai allerdings, weil ich auch meine Steuererstattung im Mai budgetiert habe, weil ich ja nicht wusste, wann die kommt. Aber danach war ich dann auch noch Eis essen, weil ich noch ein bisschen Zeit hatte, weil die Babysitterin noch da war. Und dann habe ich mir von meinem Restaurantbudget, das kommt allerdings erst später, für 3 Euro ein Eis gekauft. Das ist hier unten. Meinen, muss ich gleich nochmal hochscrollen. Mein Restaurantbudget ist diesen Monat ziemlich unangetastet, was damit zu tun hat, dass ich mit keiner meiner Freundinnen verabredet bin. Ich weiß gar nicht wieso, die haben keinen Effort gemacht, sich mit mir zu verabreden und ich irgendwie aktuell auch noch nicht. Und selbst wenn das noch passieren sollte, dann ist es wahrscheinlich eher nicht diesen Monat. Das heißt, da könnte noch Geld locker werden, dann später, schauen wir mal, zum Ende des Monats hin. Aber da habe ich dann 3 Euro ausgegeben für Essen gehen. Nochmal hoch nach oben, denn ich bin echt schlecht darin, das hier zu strukturieren, was ich mache, finde ich. Ich habe auch teilweise Sachen in falschen Kategorien stehen. Also Freizeit sollte nicht in Savings stehen. Aber das hat mich bisher nie gestört. Um das anderen Leuten zu erklären, stört es dann ja vielleicht doch. Aber egal, so ist es jetzt. In meiner Freizeitkategorie habe ich untergebracht ein Einhornbuch, was ich für Lilly bei Aldi gekauft habe, für 3,99 Euro. Dann war noch was. Aus dem Wohnungsrenovierungspfand habe ich Geld entnommen für einen Mehrfachstecker, den ich, wo habe ich den gekauft? Bei Rossmann gekauft habe. Deswegen ist da Geld runtergegangen, kostet knapp 5 Euro. Das sind jetzt nur 10,40 Euro, die da noch drin sind. Dann hatten wir, genau, das war meine zusätzliche Ausgabe. Das ist Nextbike. Ich bringe Lilly immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Tagesmutter und fahre dann mit Nextbike-Fahrrädern, die ich kostenlos nutzen kann, weil ich einen Studentenausweis habe, zurück. Und es ist mir schon mehrfach passiert, dass ich ein Nextbike-Fahrrad vergessen habe, abzuschließen, vergessen in Anführungsstrichen, bei der Tagesmutter. Dieses Mal hatte ich vergessen, es vergessen in Anführungsstrichen, es abzuschließen bei mir, was ich dann gemerkt habe, als ich Lilly wieder abholen wollte und da auch mit dem Fahrrad wieder hinfahren wollte, dass ich das schon seit 6 Stunden ausgeliehen hatte. Jetzt habe ich gedacht, ich bin echt so bescheuert, ich habe mir so viele Vorwürfe gemacht, dass ich so blöd bin, dauernd zu vergessen, das Fahrrad abzuschließen. Aber als ich es dann selber wiedergeholt habe, zeigte sich, dass das Schloss nur nicht richtig eingerastet ist. Also ich bin kein absoluter Vollidiot, der zu doof ist, Fahrräder abzuschließen oder es dauernd vergisst. Nein, die Technik ist nicht ausgereift genug bei Nextbike. Man muss darauf achten, dass man das auch wirklich richtig einrasten lässt, sodass dann auch zwei Piepser kommen, nicht nur einer, zwei Piepser und erst dann ist es abgeschlossen. Es konnte auch keiner aufschließen, deswegen stand es noch da, aber es konnte eben auch keiner abschließen. Es war nicht richtig abgeschlossen. Kostet mich 9 Euro, ist eine Surprise-Überraschungsausgabe. Für sowas würde ich normalerweise auch meinen Emergency Fund nutzen, wenn das Budget zu eng ist. Das ist es aber nicht und das sehen wir dann auch später nochmal. So, beim Restaurant waren wir schon mal. Ähm, dann kamen noch, was kamen noch? Vom Haushaltsfund habe ich ein Sieb gekauft, was kaputt ist für 3 Euro. Klamotten muss ich, ich brauche noch neue Sommerschuhe, da muss ich noch irgendwas von kaufen, wahrscheinlich irgendwelche Sneaker oder so von Deichmann. Die Tagesmutter hat ihr Essensgeld bekommen, 55, Quatsch, das ist nicht das Essensgeld. Das ist mein Elternbeitrag zur Tagesmutter. Das ist immer am 15. fällig und das habe ich am 15. bezahlt. Wohingegen die Stadt mir erst am 18. das Kindergeld schickt. Na gut, es sind zwei verschiedene Ämter. Das eine ist das Arbeitsamt, das andere ist das Jugendamt. Egal. Mein Tony Fund habe ich auf 8,50 Euro raufgesetzt, weil ich für Lilly einen Tony entdeckt habe, den ich nirgendwo gebraucht gefunden habe, nur bei Amazon. Und bei Amazon kostet der 16 Euro. Etwas mehr als 16 Euro. Und den habe ich dann auch von dem Mai-Budget abgezogen, wo es möglich war, quasi durch die Steuererstattung. Auch für Mai habe ich den Tony Fund auf 8,50 Euro gesetzt und so passte das dann. Und das ist alles verbucht, aber im Mai. Wie gesagt, weil auch da die Steuererstattung da ist. Mal gucken, wie das mit dem nächsten Budget ist, weil ich euch dann sagen muss, das habe ich schon ausgegeben und das und das und das und das und das. Aber wie gesagt, das Geld ist da, das steht halt nur hier nicht im Budget drin. Dann, ähm, 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 ähm. Ach so, komm direkt. Genau, vielleicht sollten wir mal dazu kommen. Komm direkt. Es ist wirklich so, die haben nichts mehr weiter abgebucht. 1,90 Euro kostet, komm direkt, wenn man einen Sparplan laufen hat und wenn man diesen Sparplan pausiert, dann kommen diese 4,90 Euro hinzu. Jetzt brauche ich den nicht. Und genau das ist der Trick, was ich jetzt mache. Ich reduziere das auf 1,90. Das, was ich wirklich ausgegeben habe. Und damit ist hier oben meine Summe schon mal kleiner. Wir haben aber einen weiteren Faktor, der auch diese Summe kleiner macht und der ist weiter oben. Da habe ich es vergessen. Denn, wie gesagt, ich war Sushi essen. Und dafür war die Babysitterin da und ich habe das auch nur gemacht. Das erzähle ich euch aber alles am Samstag. Lilly hat vor zwei Wochen gesagt, ich will mal wieder Kerstin Babysitter treffen. Und dann habe ich gedacht, wenn sie die unbedingt treffen will als Spielkamerad, dann brauche ich ja kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich Sushi essen gehen will. Sushi essen hat aber nur zwei Stunden gedauert und ich budgetiere immer 36 Euro, also drei Stunden im Monat für die Babysitterin. Hängt damit zusammen, dass wenn ich meine zwei Freundinnen treffe, wir ungefähr drei Stunden außerhalb sind und dann brauche ich die Babysitterin drei Stunden. Jetzt brauche ich sie nur zwei Stunden. Das heißt, ich kann hier runtergehen auf 24 Euro, die sie nimmt, weil ich weiß, dass ich für den Rest des Monats keine Babysitterin mehr brauche. Denn es ist ja schon der 18. Ich kann das absehen. Und jetzt sind wir, jetzt sind wir hier endlich im Plus. Und das ist das Geld, was ich dann heute direkt wieder aufs Tagesgeld schiebe, damit das mehr wird. Und verbuchen muss ich das natürlich hier in meinem Emergency Fund. Und da müssen wir jetzt rechnen, im Handy 375,07 plus 7,75 ist 382,82, denn wir haben ja ein Zero-Based Budget. Diese 7,75 muss ich mir mal rausschreiben, wenn ich weiß, was ich überweisen muss. Und dann sind wir hier. Wir sind wieder auf 0. Okay, das am 18. April. Und das macht so Spaß. Will sagen, ein Budget zu führen und da regelmäßig reinzugucken und zu gucken, wo man optimieren kann, das ist eines der schönsten Spiegel der Welt. Und das hat man mir auch immer vorenthalten. Und das ist wirklich traurig. Also ich gucke da ja sowieso jeden Tag rein, hier nochmal jetzt konkret im Rahmen dieses Kanals nochmal wöchentlich reinzugucken und dann Sachen gut zu machen, die ich dann woanders hinschieben kann, also zum Sparen schicken kann, wo ich dann wieder Rendite davon enthalte, das ist großartig. Also jeder sollte sein Budget haben und dann auch da realistisch planen, was man wahrscheinlich ausgeben wird, sodass man da noch anpassen kann. Also diese Next-Bike-Geschichte, die konnte ich nicht planen und für Sachen, die man nicht planen kann, ist halt der Emergency Fund zuständig. Alles andere kann man planen, also was man planen kann, das sollte man nicht vom Emergency Fund bezahlen, so wie Weihnachten, Geburtstage oder Urlaub. Dazu braucht man einen eigenen Fonds. Aber jetzt hier nochmal wochenweise an einem bestimmten Tag gucken, ob sich schon was geändert hat und man was anpassen kann, auch das ist nochmal, das ist nochmal ein ganz neuer, ganz anderer Kick und ich finde das großartig, wenn ich dann erfolgreich war und Geld weiterschieben kann zum Tagesgeld. Naja, ja, das war das. Es gibt dann nächste Woche nochmal einen Budget-Update, denke ich, und dann den ganzen, den Monatsabschluss. So, ich habe jetzt die 7,75 Euro schon überwiesen, während das andere Video, ich schneide die ja zusammen, also das Budget-Bildschirm-Aufnahme-Video heruntergeladen wurde und ja, ich freue mich. Also, also, nochmal, nochmal mega, mega Empfehlung, macht euch ein Budget, völlig egal wo, ob schriftlich, ob in EveryDollar, ob in tausend anderen Budgetierungsprogrammen oder ob ihr euch eine eigene Excel-Tabelle strickt, völlig egal, aber habt ein Auge da drauf, täglich, was ihr ausgibt und auch, was da wöchentlich drin passiert. Das ist mein Wort zum Sonntag. Ich sage ciao, macht's gut, bis Samstag, eure Silke.